Die größte und modernste Hotcoating-Anlage der Welt steht am Fleiderer Standort in Leutkirch. In Verbindung mit Span- oder Faserplatten entsteht hier Primeboard, ein besonders hochwertiger Werkstoff, in Spiegelglanz oder Supermatt mit Anti-Fingerprint-Effekt für Möbel- und Innenausbau. Ebenso edel und robust ist Duropal HPL Compact Exterior, der erste Hochdruckschichtstoff von Fleiderer für die Außenanwendung. Das Hotcoating-Verfahren macht diese Kompaktplatte für den Outdoor-Bereich besonders farbstabil, UV- und witterungsbeständig. Für ein perfektes Ergebnis durchlaufen die Platten auf 165 Metern Länge mehrere Lackstationen. Auf eine dauerelastische PUR-Funktionsschicht folgen mehrere Lackschichten aus Acryl, die mittels UV-Licht aushärten. Das macht unsere Platten besonders verarbeitungsstabil und widerstandsfähig, in Xtreme Hochglanz ebenso wie in Xtreme Matt. Diese Hotcoating-Anlage der Superlative beherrscht beide Oberflächen in Perfektion, auch im Großformat. Ebenso beispiellos in der Branche ist der Fleiderer Farbverbund. Er macht Dekor- und strukturgleiche Designs mit verschiedenen Trägerwerkstoffen möglich. Nun auch neu mit Primeboard und Duropal HPL Compact Exterior. Untertitelung des ZDF für funk, 2017